Im naturverbundenen und bei Weinliebhabern bekannten Wallisardorf Salkesch liess sich bereits im Jahr 1235 der bekannte Johanniter-Orden nieder und errichtete eine Herberge für Reisende und Pilger. In der langen Tradition der Qualitätsweine reiht sich auch die Kellerei Gave Saint-Philippe mit der Familie Constantin bereits in der vierten Generation ein. Aus zehn verschiedenen Traubensorten werden so 17 verschiedene Weintypen von höchster Qualität kultiviert. Die kellereigenen Rebparzellen erstrecken sich über eine Gesamtfläche von 5 Hektaren auf dem fruchtbaren Terroir von Salkesch. Seit 2003 wird die aktuellste Kellertechnologie genutzt, um das Ideal qualitativ hochstehender und charaktervoller Weine umsetzen zu können. Mit einem Bed & Breakfast auf dem Weingut der Kellerei inmitten der Walliser Berglandschaft und abgerundet mit Geselligkeit bei einem guten Glas Wein wurde ein zusätzliches agrotouristisches Angebot mit speziellem Charakter geschaffen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020